so ihr lieben das ist dann das letzte video für heute weil es nämlich der letzte tag ja so und was habe ich natürlich wieder hier ein lecker fischbrötchen wir machen jetzt noch ein paar close ups und ein paar hohtöne ich denke mir mal die aus der branche kommen wissen was ich meine ansonsten war es geiler trip es war ein geiler aufenthalt das geilste wetter wahrscheinlich auch das coolste hotel was man sich vorstellen kann hyatt hamburg hallo ich weiß was da normal die nächte kosten so ja dann sage ich mal richtig tschüss aus hamburg und heute abend geht es wieder zurück nach hallo ihr lieben seid lieb geküsst seid lieb gedrückt es war geil trotz code ein war lecker